hey ho meine lieben weiter geht unter anderem mit diesen brötchen was machen wir mit dem das werden wir dazu essen zu was zu diesen rinderfilet aber nicht irgendein rinderfilet sondern ein gutes ich habe es da drüben offen weil das merkt ja kein mensch ein everdeen angus dry age premium rinderfilet ja genau das gute stück bei my steak shop bestellt nicht ganz günstig aber ich wollte es unbedingt einmal haben ausprobieren ja und das werden wir heute zubereiten jetzt werden wir das erst einmal auspacken schnell abspülen und dann gucken wir mal ob man noch irgendwas zurecht parieren müssen gehen wir rüber da brauchen wir gar nichts machen leute also deswegen habe ich euch jetzt auch nicht mit darüber genommen das ding sieht top aus ihnen ist es noch ganz leicht gefroren und ja ich würde mal sagen gehen wir raus und da zeige ich euch dann wie wir das heute grillen ganz einfach aber mit sehr viel respekt und das nehmen auch gleich mit auch auf die einfachste art und weise werden jetzt unser rinderfilet zubereiten wir werden das hier auf dem eco zoom jet kurz anbraten angrillen schön scharf und danach dann mit dem thermometer auf dem monolith der hat ja immer noch 170 180 grad und da dann da ziehen lassen bis zu einer kerntemperatur ungefähr von 55 56 grad so jetzt warten aber noch schnell die zwei drei minuten bis die kohlen soweit durchgefeuert sind viel haben wir nicht so eine handvoll das sollte ja recht schnell gehen und dann schmeißen wir das filet schon drauf so leute dann wäre es eigentlich schon fast soweit dass wir noch mal einsprühen ganz kurz ganz wenig ja und dann können wir unseren die filet und kleines branding verpassen das wird wahrscheinlich rasend schnell gehen müssen wir wieder halbieren weil ja das loch in der mitte nicht so groß ist dass das ganze steak da jetzt drauf gehen würde steaks sage ich das ganze filet wie gesagt bloß ein kleines branding das reicht uns schon machen wir die seiten teile auch noch das war jetzt für mich eigentlich die einfachste möglichkeit ohne jetzt wieder ewig viel kohlen anzuheizen deswegen habe ich den jetzt genommen gut ich hätte jetzt auch den kompletten monolith die das zerlegen können auseinander bauen aber das wollte ich dann halt doch nicht muss ich bloß wieder lösen ohne dass alles hängen bleibt naja ein bisschen bleibt hängen das werden wir jetzt auch überleben und verkraften sieht doch wunderbar aus oder so einfach kriegt man schönes branding drauf na jetzt hängt es aber gut jetzt runter du sau nebenbei werde ich gleich mal das thermometer einführen das sieht doch mal richtig gut aus ja und dann gehen wir hier rüber moment jawohl und legen das ganze auf monolith und da lassen wir es jetzt liegen bis zu einer kerntemperatur von ja 55 56 grad gut wir sehen uns nachher gleich wort ist das ist kruste mein schatz ok ja und während drüben das renderfilet noch drauf ist schauen wir hier mal mit dem obligatorischen mittelschnitt unser brot an und wenn das jetzt nichts geworden ist mein schatz musst du springen und was anderes machen ich? ja also das messer das du hast ist gerade schlecht ja das ist ja auch ein billig messer aber ich würde mal sagen das brot sieht von innen ganz gut aus wie schnell ist denn du das brot? das ist mein brot und ich habe das mit so viel liebe gemacht das brot umeinander zwei getausches naja dann probieren wir doch mal oder? mhm 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 bis unser Filet fertig ist. Wir haben noch einen Brottester gefunden. Magst du was von dem Filet nachher auch haben? Nö, warum nicht? Ich habe schon was vor. Aber das Brot ist gut, kann man essen. Wenigens etwas. Schön knuschbrecht, außen und innen schön fluffig. Gut. Heiliges Blechle jetzt aber schnell. Die 55 Grad sind erreicht. Das ging jetzt in den letzten drei Minuten rasend schnell. Sieht das Ding nicht klasse aus. Boah, geil. Ja Leute, raus damit. Das lassen wir jetzt noch zwei, drei Minuten ruhen und dann schneiden wir es an. So Freunde und dieses kreisförmige Branding sieht doch irgendwie ganz lustig aus. Saftig dürfte es auf alle Fälle sein. Da läuft der Fleischsaft schon raus. Und Schatzi, tust du anschneiden? Jetzt bin ich mal gespannt. Jo, jo, jo. Na, machen Sie mal hier. Das Wasser schneidet auch wieder das kalte Wasser geradeaus. Hätte ich vielleicht auch noch schärfen sollen. Ich muss meine Messer mal wirklich ordentlich durchschärfen. Und? Jawoll. Also Leute, wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Moment, gleich geht es weiter. Wieder mal nicht erwarten. Und hat sich... Was denn du da? Was du jetzt da? Lass doch den schönen Fleischsaft da drauf. Und hat sich das erste Stück gleich in heiß gesteckt. Aber ich will ein bisschen was für einen guten Pfeffer drauf haben. So, dann wollen wir mal so einen richtig geilen Happen. Dann werde ich mir mal meinen Teller packen. Tja, Freunde. Probierelle haben wir ja schon gehabt. Ganz spartanisch. Einfach. Herrlich geiles Rinderfilet. Ein selber gebackenes Brot dazu. Was will man mehr? Aber Leute, ihr wisst ja was. Ich werde jetzt speisen. Und danach sehen wir uns kurz nochmal wieder. Puh. Also. Zum Fazit kann ich eindeutig nur zwei Daumen nach oben geben. Dieses Filet. Dieses Dry Aged Rinderfilet. Total geil. Sagenhaft. Also. Besser geht es wirklich schon immer. Von der Zubereitungsart und Weise. Von der Reise her bin ich einwandfrei zufrieden. Hat sehr gut geklappt. Wunderbar. Garpunkt auch ideal. Schön rosa innen noch. Das Brot. Einwandfrei. Kann man auch nichts dagegen sagen. Und ja. Wie gesagt. Eigentlich ein spartanisches Essen. Aber doch irgendwie voll nobel. Spartanisch sagst du zu dem Rinderfilet? Ja. Aber doch total nobel. Weil es ja nur dieses Rinderfilet und das Stück Brot dazu gegeben hat. Deswegen spartanisch. Aber doch extrem nobel. Wegen diesem Rinderfilet. Also ich ziehe es jetzt jederzeit wieder essen. Und du? Ja. Sehr lieber. Ja. Aber zuerst hat sie gern mal nur ein Brot dazu. Ja. 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 Für das Fleisch braucht gar nichts dazu. Ja sag ich ja. Da war das Brot genau richtig. Gut Freunde. Das war jetzt der zweite Teil zu dem Brot Video eigentlich. Einfach nur lecker. Gut. Dann. Ihr wisst ja Bescheid. Glocke unten aktivieren. Dass ihr auch keine Live Videos verpasst. Wenn ihr die sehen möchtet. Ansonsten diese Live Videos einfach überspringen. Dann brauchen wir sie schon mal nicht aufregen. Hehehe. Und Daumen nach oben. Wirklich freuen. Und natürlich neue Abonnenten immer. Dann. Bis zum nächsten Mal. Leute. Wir sehen uns. Tschau. Tschüss. Tschau.